so ja ihr kriegt jetzt ein bisschen den schnellverlauf rein was ich macht zwischendurch für unseren final kampf und direkt im anschluss geht es dann weiter mit dem finale so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt sollten wir unseren ersten drang wieder schnappulieren das positive dabei ist dass wir auch unsere zauber mit auffällen ja 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 so ist das dafür muss sein will ich ganz schön tapfer junge aber gegen meine kampf taktik bist du am ende machtlos wir werden sehen junge da hatte schon mal seine taktik geändert da haben wir ihn schon einmal getroffen zweites mal ok mehr als zweimal macht also nicht so viel sinn wo bist du denn mein freund so bist du also drauf schlechter tag heute möglich haben wir unseren blauen drang werden wir auch gleich noch mal einen schluck nehmen jetzt können es dann langsam wirklich knapp werden oh du stellst dich in die mitte so offensichtlich ja da geben wir dir saures elender schulke was erwartet uns hinter dieser tür was wird uns dahinter erwarten manche wissen es ich kann jetzt auch nicht mehr irgendwie wechseln hier ich bin jetzt auf die sachen angewiesen die ich habe und da werden wir jetzt ein paar interessante kleine sachen sehen was ist das sei willkommen mark ich bin das wesen des trifos die goldene macht das trifos wird dem wesen alle wünsche erfüllen welches es berührt eine müde will ich haben gibt mir eine million euro handelt es sich dabei um jemanden mit reinem herzen werden gut gute wünsche war handelt es sich aber um jemanden mit dunkler seele werden böse wünsche war je stärker der wunsch um so mächtiger die erfüllung dieses wunsches durch das trifos gar nun wollte die welt erobern so wurde er aus dem goldenen land die schatten welt hier konnte gar und seine macht vergrößern mit dem ziel auch hyrule zu erobern doch du hast gar nun besiegt seine unheilvolle macht und die schatten welt verschwanden das trifos ist bereit für seine neuen gebiete halte diese macht in deinen händen berühre das trifos mit einem sehnlichen wunsch in deinem herz eine milliarde euro bitte hat es geklappt dafür ist unser könig wieder da alle sieben mädchen sind gerettet und die burgwachen sind auch wieder einigermaßen bei verstand der priester ist zurück ja sahas realer ist heimgekehrt zu seiner familie der junge mit der flöte ist wieder da spielt mit seinem freund empfogen mit mister vor wie geil in der wüste was machen die okay die machen party dabei und sein freund was ist mit ihnen bergpalast sie spielen wieder die und mein onkel er ist wieder da ok hat sein altes schwert wieder so was wasserfall ist nun ein offizieller schwimmladen für flossen 500 ruine sehr günstig zu haben die hexe und ihr schüler was machen die hey die kochen weitere zaubertränke die holzfäller fällen weiter bäume der junge spielt wieder flöte und die tiere und sein großvater hören ihm zu die königin der elfen im brunnen der wunder den können wir zu genüge auch die machen wieder party ist nicht mehr allein die wackeren schmiede schmieden wieder in der schmiede 10 10 rubine in auftrag an die dorfbewohner die sind auch wieder glücklich die hat mir doch verschwinden lassen ist auch wieder da niemand läuft uns mehr hinterher und sagt wir hätten jemand entführt das ist doch auch schon mal gut der verirrte alte mann was ist mit ihm ok er ist immer noch verwirrt und verirrt der dieb in den wäldern ok ist er bekehrt oder und das master schwert es ruht wieder für immer fragezeichen gute frage da sehen wir wieder hier ist das 3 force in abspann lasse ich gerne durchlaufen noch ihr könnt aber ausschalten wenn ihr wollt hat das team super gemacht spiel ist einfach großartig geworden viele finden das auch und ja eines der besten spiele die es für super nintendo dann gab das nächste wird dann vermutlich entweder lufia oder terranigma mal sehen zuerst läuft ja dann laufen alle anderen noch aus dann kommt lufia das geht dann weiter ja ja leute schaut mal wieder rein und wenn euch das ganze gefallen hat lasst abos da liked und aktiviert die glocke weil dann kriegt ihr immer die neuesten videos von mir und verpasst nichts mehr tschau leute und ja Amen. Amen. So, wer jetzt noch dran ist, hier sehen wir ein paar Spielestatistiken von mir. Die Frage ist, sind das jetzt die Anzahl der Tode oder? Ja, ich weiß es nicht. Oder ist es die Zeit? Ah, versuche ich, wie oft wir gestorben sind. Wir sind ganze 16 Mal gestorben. Ich muss zugeben, mit Speichern natürlich. Wir haben nicht über das Spiel immer gespeichert. Ja, war aber ein richtig gutes Spiel.